Eine gut gepflegte 3,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Garagenparkplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 87 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Maisonette-Wohnung auf 650 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.